Ja, es war bislang, sagen wir mal, eine uninspirierte Woche gewesen von Gold und von Silber. Also es war so, der Handel ist so ein bisschen vor sich hin geplätschert. Es hat sich nicht wirklich was getan. Trotzdem, die Minen haben sich relativ gut präsentiert. Gestern ein bisschen ein schwächerer Tag gewesen. Der Goldpreis ist ein gewisses Auf und Ab. Der Silberpreis hat sich auch gut gehalten. Die Silberminen insgesamt ein bisschen besser als die Goldminen. Also es war so ein bisschen eine uninspirierte Woche gewesen. Wir sind in so einer Konsolidierungsphase nach wie vor drin. Aber, und irgendwie schaut jeder trotzdem auf diesen Freitag. Und warum? Weil Freitag endet die Woche. Gut, diese Erkenntnis ist nicht wirklich überraschend. Es endet aber eben auch das Monat am Freitag. Und das heißt, jetzt schaut jeder so ein bisschen auf die Monatskerzen. Und ich habe vorhin mal bei Bloomberg reingeschaut. Ich habe tatsächlich zwei andere Zahlen gelesen. Aber wenn wir uns Bloomberg anschauen und den Spotpreis, also nicht den Future, den Spotpreis bei Gold, dann müsste Gold über 1.965 Dollar schließen. Wenn es das macht, dann ist es der höchste Schlusskurs auf Monatsbasis, den wir beim Goldpreis jemals hatten. Also von daher ein sehr gutes Zeichen im Prinzip der Bullen. Woher kommt diese Konsolidierung? Naja, der Markt aus fundamentaler Sicht versucht er gerade so ein bisschen herauszufinden, was macht denn die FED als nächstes? Was macht denn die US-Notenbank als nächstes? Wenn wir uns momentan das FED-Watch-Tool anschauen, gut, wir haben noch über einen Monat bis zur nächsten Sitzung. Die ist am dritten Mai. Aber wenn wir uns das FED-Watch-Tool anschauen, dann sind momentan gut 56% der Ansicht, dass wir keinen weiteren Zinsschritt sehen. Und 43% der Ansicht oder 44% der Ansicht, dass wir noch einen Zinsschritt von 0,25% sehen. Das Ganze ist natürlich noch ein bisschen, wie soll ich sagen, instabil, ist vielleicht das beste Wort. Weil wir natürlich noch einmal die Inflationsdaten dann im April für den Monat März bekommen. Und ich glaube, da wird sich dann festmachen, was wirklich passieren wird. Auf der anderen Seite schwelt natürlich diese Bankenkrise im Hintergrund noch ein bisschen. Ja, wir haben momentan eine Beruhigung. Ja, wir haben, das ist auch so ein Thema in dieser Konsolidierungsphase bei Gold. Diejenigen, die nur gekauft haben, weil sie gesagt haben, morgen wird das Finanzsystem implodieren. Diejenigen sind jetzt wieder raus, weil sie sagen, vielleicht passiert so doch nicht. Aber ich glaube, der Großteil der Goldkäufe ist eben auf diesen FED-Schwenk, auf diese neue FED-Politik, auf diese nun etwas vorsichtigere FED-Politik gerichtet. Also die kaufen Gold, weil sie sagen, dieser Zinsanhebungszyklus geht jetzt langsam zu Ende. Vielleicht hat er das Top sogar schon erreicht. Weil ich glaube, sehr, sehr viele sind der Meinung, wenn das hier eintritt, also wenn wir einen temporären Stopp sehen, dann könnte es durchaus erst mal das Top von den Zinsen sein. Und es ist ja so, dass der Markt schon wieder auf Zinssenkungen in diesem Jahr spekuliert, auch wenn die FED nicht immer wieder beteuert. Nein, nein, haben wir nicht vor, aber es ist tatsächlich so, dass die FED schon weiß, dass ihre Zinsanhebungen, ihre aggressiven Zinsanhebungen nicht ganz ohne Folgen geblieben sind. Natürlich, die höheren Zinsen waren nicht der einzige Grund für die Pleite der Silicon Valley Bank, aber es war eben einer der Gründe, der dazu beigetragen hat, dass eben Kapital auch abgeflossen ist. Also wie gesagt, momentan der Markt probiert so ein bisschen auszuloten. Was macht denn die FED als nächstes? Und das ist, glaube ich, auch das, was wir im Goldpreis sehen. Gleichwohl, und das sollte man auch mal bedenken, wir haben einen sehr, sehr guten Goldpreis in vielen anderen Währungen. Zum Beispiel im australischen Dollar, da waren wir erst mal über der Marke von 3.000 australischen Dollar. Es sieht sehr, sehr gut aus im kanadischen Dollar. Wir haben im britischen Pfund neue Höchstkürse gehabt. Also wir haben in sehr, sehr vielen Währungen außerhalb des US-Raums neue Höchstkürse beim Goldpreis gehabt. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das wirklich auch im US-Dollar sehen und wir die Marke von 2.075 oder im Bereich rund um 2.075 Dollar, den wir jetzt mehrfach getestet haben, erreichen. Das Ganze ist, wie kommen wir dorthin? Und das ist so ein bisschen nebulös, das habe ich jetzt mal mit Kerzen gearbeitet. Wir haben halt einen sehr, sehr starken Anstieg und sehr, sehr steilen Anstieg gehabt. Und traditionell bildet sich bei so einem steilen Anstieg dann relativ wenig Unterstützungszonen heraus. Deshalb ist der technische Weg, wie kommen wir dorthin auf dieses neue Allzeithoch, ein bisschen nebulös. Ich glaube aber tatsächlich, mit viel Fantasie könnten wir hier ein Dreieck einzeichnen. Mit viel Fantasie könnten wir theoretisch auch nochmal runterfallen und zwar hier in dem Bereich irgendwo bei 1.900, 1.890. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Goldpreis einen etwas direkteren Weg nehmen wird und in den nächsten Tagen ein, zwei Wochen wieder Fahrt aufnehmen wird und tatsächlich die Marke von 2.000 Dollar dann nachhaltig hinter sich lassen wird. Wie gesagt, wir haben gute Chancen, dass wir tatsächlich den höchsten Monatsschluss überhaupt in der Geschichte des Goldpreises sehen und das wäre dann eben am Freitag. Silber, ja, der Silberpreis, wie gesagt, hat sich auch relativ gut gehalten und auch da, wir konsolidieren so ein bisschen, aber, Entschuldigung, das ist nochmal der Goldpreis, wir konsolidieren ein bisschen beim Silberpreis, aber Silber hat sich gut gehalten und will offensichtlich weiter nach oben. Wir haben hier diesen stärkeren Widerstandsbereich, rund um die 24 Dollar Marke, aber ich glaube, wir haben eine gute Chance, dass wir die überwinden. Jetzt habe ich heute gesehen, es hat sich jemand von der CPM Group zu Wort gemeldet, und er hat gesagt, ja, Silber ist weder kürtisch, noch ist es selten und das Metall ist durchaus vorhanden und es gab nie jemanden, der irgendwie gesagt hat, es fehlt Silber, mag alles sein. Wer hier schon ein bisschen länger zuschaut, der weiß, dass ich nicht so der Freund von ganz großen, überdimensionalen Prognosen bin, der Goldpreis geht auf 10.000 Dollar, Silber steht bei 100 Dollar. Was ich aber glaube, ich tatsächlich glaube, ist, dass der Silberpreis eine gute Chance hat, dass wir im laufenden Jahr oder vielleicht dann auch Anfang nächsten Jahres wirklich eine parabolische Bewegung irgendwann sehen. Wenn wir Silber anschauen, dann hat Silber zweimal die 50 Dollar Marke erreicht. Das war einmal die Spekulationsplase von Gebüter Hund, und auf der anderen Seite war dann dieser Anstieg im Jahr 2011 gewesen, der eben auch in so einer parabolischen Phase vonstattengegangen ist. Wenn wir uns auch den langfristigen Silberpreis, leider habe ich keinen ganz langfristigen dabei, anschauen, dann werden wir sehen, dass diese Bewegungen sehr, sehr steil gewesen sind. Das heißt, Silber hat sehr, sehr viele Widerstände, wenn wir jetzt auf dem Weg nach oben Richtung 30 Dollar gehen, da haben wir immer wieder Zonen, wo wir sagen, da haben wir Widerstand. Wenn wir da jemals wirklich drüber gehen, dann kann es sehr, sehr schnell gehen, weil wir aus technischer Sicht wenig Widerstände haben. Das heißt nicht, dass ich damit rechne, dass wir dieses Jahr 50 Dollar erreichen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir, wenn wir über 30 Dollar sind, durch Ausnahmsprünge haben wir Richtung 35, 36, 37 Dollar, und dass das auch relativ schnell gehen kann. Nachdem ich das gesagt habe, ein Hinweis, und Sie wissen das, ich habe das letzte Woche oder vor zwei Wochen auch mal mit dem Lithiumpreis angesprochen, Sie werden wahrscheinlich die besten Gewinne mit Silberaktien tatsächlich schon früher machen, und zwar schon früher, wenn wir mal über diese 24 Dollar hier drüber gehen, oder über diese 24,40, was der eigene Widerstandsbereich ist, und dann vielleicht mal Richtung 28, 29 laufen. Also ich glaube, da lässt Sie schon sehr, sehr viel Geld verdienen mit den Silberaktien. Ich glaube tatsächlich, dass diese letzte, häufig parabolische Phase, letzte heißt nicht, dass sie die letzte Phase überhaupt ist, sondern in dieser einen Bewegung eben teilweise die Silberaktien nicht mehr so richtig mitgehen. Also ich glaube tatsächlich, wenn Sie darauf spekulieren wollen, dass der Silberpreis jetzt eine größere Bewegung mal ansetzt, sind Sie gut beraten, dass Sie schon diese erste Bewegung jenseits dieser Marke hier mitnehmen. Wenn ich nochmal so ein Ding einbaue, dann schaut das glaube ich aus wie ein UFO oder wie eine topografische Karte von irgendwas. Also Sie haben die gute Chance, wenn wir hier über diesen Widerstandsbereich drüber sind, dass Sie gut Geld verdienen können mit Silberaktien. Das ist häufig so, in dieser mittleren Phase einer Bewegung machen Sie meistens am meisten Geld, und von daher achten Sie ruhig mal ein bisschen auf den Silberpreis. Er will nach oben, das hat man so den Eindruck, ja, er hat ja keinen eigenen Willen, klar. Da spricht es eben so, er will nach oben. Und wie gesagt, Silber, in meinen Augen sehr gute Chancen, dass wir eben nach oben ausbrechen und auch deutlich höhere Kurse noch sehen könnten oder werden, je nachdem, wie Sie denn wollen. Das ist eine Folie zum Beispiel aus der letzten Sendung, keine Ahnung, warum die jetzt da ist, das ist ein bisschen so, ja, nicht das, was wir jetzt eigentlich sehen wollten. Ich wollte eigentlich eine andere Folie haben an der Stelle, aber offensichtlich hat es nicht geklappt. Ich habe es aber, glaube ich, noch im Kopf, ich könnte es Ihnen mitbekommen. Also, wir sind am Ende des ersten Quartals, das ist übrigens auch so, wir hätten auch Schlusskurs vom ersten Quartal gehabt. Wir sind am Ende des ersten Quartals, und was ist am Ende des ersten Quartals? Wir haben die Earning-Season vor der Tür stehen. So, und es war eine Frage bei Facebook, auf meiner Facebook-Seite, und da hat irgendeiner gefragt, könnte es denn sein, dass diese Zahlen, die jetzt kommen, die Goldminen beflügeln, weil die Kosten müssten ja eigentlich fallen, weil ja die Energiekosten niedriger geworden sind. Wir haben einen Ölpreisverfall, wir haben einen relativ guten Goldpreis gehabt, also eigentlich müssten es ordentliche Zahlen werden. Tatsächlich schauen wir auch bei diesen ganzen Zahlen, insbesondere bei den Kosten auch ein bisschen auf einen Punkt. Ja, die Energiekosten werden wahrscheinlich ein bisschen fallen, aber was machen denn die Arbeitslöhne? Wir sind in einem hochinflationären Umfeld, und da ist natürlich insbesondere in Regionen, wo sehr sehr starke Gewerkschaften sind, immer so, dass Lohnverordnungen natürlich kommen. Und zwei Fragen werden uns beschäftigen, wie verhalten sich die Kosten, insbesondere wie haben sich die Lohnkosten auf die Kosten ausgewirkt, und dann natürlich auch die Frage, ist dieses Thema Arbeitskräftemangel auch noch ein Thema? Es war zum Beispiel vor ungefähr drei Monaten, hat Freeport McMorrin gesagt, also insbesondere mit Blick auf das Jahr 2022, dass insgesamt zehn Prozent der Stellen in den USA nicht besetzt werden konnte, weil man eben einen Fachkräftemangel hat. Und das ist eben auch so etwas, was dann eben die Kosten nach oben treibt. Wenn diese Fachkräfte haben will und die rar sind, dann muss man in der Regel mehr Geld bezahlen. So, Neumann hat gesagt, ey, wir haben unsere Aktien an Triple Flag, das ist eine Royalty-Streaming-Gesellschaft, die man damals mit Mavericks-Metals hier fusioniert hat. Neumann hat gesagt, ey, wir haben unseren Anteil an Triple Flag jetzt komplett verkauft. Man hat 170 Millionen, ein bisschen über 170 Millionen Dollar eingenommen. Müsste man eigentlich gar nicht machen als Neumann, es sei denn natürlich, man sagt, man bräuchte das Geld. Mit Blick auf die Bilanz braucht man das Geld nicht, was ich mir vorstellen kann. Ich habe es gestern auch mit einem Kollegen besprochen. Was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich, dass man hergeht und sagt, wir möchten ja Newcrest-Mining, also die größten australischen Produzenten, übernehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass man sagt, hey, die haben das jetzt erstmal abgelehnt, aber vielleicht, wenn wir so eine kleine Cash-Variante mit anbieten, also so einen kleinen Cash-Anteil mit anbieten, dann sind sie vielleicht eher gewillt einzuwilligen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da ein bisschen Cash sammelt, um eben so einen Teil-Cash-Offer zu machen für die Newcrest-Übernahme. Newcrest übrigens präsentiert sich weiterhin sehr, sehr gut. Offensichtlich ist dort einer der Meinung, die Aktie könnte tatsächlich übernommen werden. Ich glaube auch, dass der Deal über die Bühne gehen wird und Newment einfach nur noch ein bisschen nachbessern wird, eventuell mit einem Cash-Angebot oder nicht mit einem Cash-Angebot, aber mit einem Cash-Anteil im Angebot. So, eine andere Übernahmestory war diese Woche aus dem Lithium-Bereich zu hören gewesen. Das ist ein halbemal der Lithium-Gigant aus den USA. Ich möchte ganz gerne Liontown übernehmen. Das ist ein australischer Lithium-Entwicklungsunternehmen. Das ist ein riesiges Projekt, hat 150 Millionen Tonnen Lithium mit einer Konzentration von 1,4 Prozent. Insgesamt bietet albemale 5,5 Milliarden australische Dollar. Und bei Liontown, da schauen wir uns den Kurs mal an, hat man gesagt, hey, no, das ist uns zu wenig, das möchten wir nicht verkaufen. Der Kurs ging parabolisch natürlich. Also man hat deutlich über den aktuellen Kurs geboten. Und ich bin ganz ehrlich, 5,5 Milliarden australische Dollar, das ist eine Menge Geld. Vor allem dann, wenn man bedenkt, dass Liontown das Projekt ja auch noch bauen muss. Die Baukosten liegen, glaube ich, bei 800, 900 Millionen Dollar. Also insgesamt reden wir hier von einer Investitionssumme seitens albemales von ungefähr 6,2 bis 6,3. Ein bisschen, was ist ja schon gebaut, 6,2 bis 6,3 Milliarden australische Dollar, die man hier investieren will. Und das für einen Konzern, der noch nichts produziert, das ist eine Menge, Menge Geld. Also ich bin ein bisschen überrascht, dass das Board wirklich gesagt hat, boah, das lehnen wir ab. Also das ist auch so ein bisschen dieses Pokerspiel natürlich, albemale er hat. Und das kam jetzt heraus, wo er schon vorher zweimal versucht hat, die Liontown zu übernehmen. Ist aber gescheitert und jetzt hat man es erstmals offiziell gemacht. Das ist auch so ein bisschen so ein Zeichen, dass man grundsätzlich bereit ist zu verhandeln. Aber dass man hier sagt, das ist zu wenig Geld, muss ich sagen, da werden ganz schöne Summen gezahlt. Natürlich, so die Mine ist Jahrzehnte in Produktion mit 150 Millionen Tonnen. Und die Margen sind andere, also die Lithium-Produktion sind sicherlich andere als zum Beispiel in der Goldproduktion. Trotzdem, wie gesagt, bei 5,5 Milliarden, da bekommen sie mal schon den ein oder anderen Produzenten auch, also Goldproduzenten. Von daher, anderes Thema, andere Margen, die hier im Spiel sind. Aber trotzdem, das ist eine Menge Geld für ein Entwicklungsunternehmen. Und wie gesagt, das noch kein Cashflow aufweisen kann. First Majestic Silver kam auch eine Frage über Facebook an mich heran. Und zwar, soll man die Aktie jetzt kaufen? Also, Jared Kenyon, nicht mehr in Produktion. Keith Newman hat gesagt, hey, ist ein super Asset, aber braucht einen Neustart. Ja, was soll er sonst sagen? Er hat das Ding an den Büchern stehen. Also, First Majestic müsste jetzt eine Sache machen. Eigentlich müsste man eine Wertberichtigung auf das Projekt vornehmen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man es nicht machen wird, weil man eben sagt, das Ding ist nach wie vor so viel wert. Wir haben es bloß mal außer Betrieb genommen. Es muss neu evaluiert werden, wie man es denn macht. Man wird wahrscheinlich versuchen, irgendeinen Käufer zu finden. Ob man wirklich einen findet, wage ich zu bezweifeln. Also, ich glaube nach wie vor, es gibt spannendere Aktien. Ich würde ganz gern sagen, kaufen Sie First Majestic Silver, weil ich glaube, dass die durchaus gute Assets haben. Aber diese Vergaloppierung, die man gemacht hat mit eben dieser Jared Kenyon in Nevada, das war etwas, wo ich sagen muss, das wird dem Konzern schon ein bisschen in den Knochen hängen, weil man eben auch sehr, sehr viel Geld investiert hat. Und man ist dann erst mal raus. Das kann man jetzt nicht sagen, jetzt übernehmen wir das Nächste, weil A, es ist viel Geld in Jared Kenyon gebunden. Und B, die Aktionäre werden sagen, puh, wirklich schon wieder. Also ja, vielleicht in Mexiko Silver Assets, da gibt es nicht wahnsinnig viele. Man ist von dieser Strategie, one country, one metal, die abgewichen und jetzt wieder zurück. Also, es war ein bisschen so ein Zickzack-Kurs und ich glaube tatsächlich, dass man einige Aktionäre ein bisschen vor den Schlips getreten hat. Also, wenn die These, wo ich aufgestellt habe, dass wir über 30 Dollar gehen können bei Silver stimmt, dann wird natürlich auch eine First Majestic steigen. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass es interessantere Silber-Aktien gibt. Ein Deal, oh ja, die ärgern mich heute ein bisschen, die Kollegen, so wie das ausschaut. Das ist wieder die falsche Tafel. Sierra Marta, der Deal mit First Majestic ist jetzt geclosed. Sierra Marta ist seit fast einem Jahr ausgesetzt vom Handel. Hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen. Man hat den Deal jetzt geclosed, man hat alle OKs bekommen, man hat das OK seitens der mexikanischen Behörden, man hat das OK seitens der TSX. Man hat die La Guitar, die Silbermine, wird wahrscheinlich Ende dieser Woche dann Sierra Marta gehören und die Aktie soll dann quasi, ja, nächste Woche aller Voraussicht nach wieder gehandelt werden. Also wie gesagt, sorry für die Tafeln, die haben nicht gepasst. Die Kollegen wollten mich hier offensichtlich mobben. Nee, natürlich nicht. Aber beim nächsten Mal machen wir das wieder besser. Also, das war es von meiner Seite und wenn Sie denn möchten, sehen wir uns nächste Woche wieder. Erste Zahlen werden wir noch nicht haben, das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Normalerweise zweite, dritte Woche im Quartal, dass die ersten Vorabproduktionszahlen eintrudeln. Nächste Woche wird also wahrscheinlich noch relativ früh werden, aber insgesamt wird es jetzt wieder ein bisschen spannender, weil eben die Quartalszahlen anstehen. Also, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Schauen Sie ein bisschen auf die 1965 morgen Schlusskurs, morgen Abend. Eventuell haben wir ein neues Allzeitmonatsschlusskurs hoch, so in etwa. Also, machen Sie es gut. Servus. Ciao.